Hallöchen, liebe Freunde der Nacht. Willkommen zurück bei WoW Vanilla. Ja, was das hier unten ist, weiß ich immer noch nicht ganz genau. Hier halten sich einige Skelette auf und hier geht es irgendwie, ja, so eine Schlucht weiter in diese Richtung. Und da sind auch noch Magram, okay. Ah ne, das sind ausgestoßen. Ach, ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall auch viel zu hohes Level für mich, von daher spielt das hier gerade gar keine Rolle. So, Fleisch haben wir genügend, das war's. Der Verderber. Schattenpirschersgalb. Und Kasdeshepa. Liegt nordöstlich von hier. Ah, okay. Kolkar sind da oben. Gut. Hier sind die Gäkis, hier die Magram und hier die Kolkar. Güte, Güte. Meine, Junge. Meine. Habt ihr gerade gehört, was ich gesagt habe? Als ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Wahrscheinlich ist das die ganze Seuche, die jetzt gerade auf mich überschlägt. Also übrigens auch im Moment haben wir wieder so ein Thema, da könnte ich in jeder Folge drüber reden, weil sich die Ereignisse halt einfach in den Medien überschlagen. Das wird ausgelutscht. Ich meine, alleine für die Bild-Zeitung, muss man sich mal überlegen, für die Bild-Zeitung ist der Coronavirus wie Weihnachten und Geburtstag 20 Mal in Folge zusammen. Also für die absolut göttlich. Und auch die ganzen Supermärkte haben ja mega viel davon. Von diesen ganzen Hamsterkäufen machen Umsätze über Umsätze mega gut für die. Also sagen alle was von einer Rezession und rückläufiges Wirtschaftswachstum und dann muss man aber überlegen, dass es da auf jeden Fall auch Profiteure von gibt. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt weiß, warum Klopapier das neue Gold der Gesellschaft werden sollte, wenn es zum Weltuntergang kommen würde. Aber wenn man zu viele Nachrichten guckt, dann wird einem schon ein bisschen flau. Aber man muss es damit ja auch nicht übertreiben. Anyone spotted Rexha? Also anscheinend ist Rexha wirklich ein NPC, der... Äh, oh, ja. Der ordentlich gesucht wird. Wie ist der, wer ist die? Oder der? 60, okay. Gibt's hier eine 60er-Quest? Jetzt müsste ich hier auch schon direkt gleich in Richtung Osten gehen. Erst kommen die Magram und dann die Gelkis. Ja, das müsste schon einer sein. Ne, das ist Kolkar. Aber Kolkar sind ja auch richtig, ne? Gelkis sind die hier. Kolkar sind richtig. Und da hinten ist doch bestimmt der Big Boss. Guckt euch mal an. Dieses... Oder hier oder dort. In einer dieser beiden Hütten wird er drin sein. Und nachdem ich das gemacht habe, muss ich eigentlich auch, äh... Save nach Shadow Prey. Weil mir die Pfeiler ausgehen. Und ich denke, am Ende des Parts werde ich auch nochmal kurz ins Aha gucken. Und ein bisschen was verscherbeln. Aber das weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an, wie das mit dem Zeit-Timing jetzt heute klappt. Ich muss mich da auf jeden Fall noch einkaufen. Heißt, ich muss mich in die Öffentlichkeit begeben. Und da ist eine Kiste. Komischerweise, mir persönlich fällt es auf, wie ich momentan wirklich auf jeden einzelnen Huster und Niese achte. Ich persönlich habe ja auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen verschnupft bin. Aber bei mir, ich bin... Ich bilde mir solche Sachen auch ein. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich Krankheiten bekommen kann. Mit der bloßen Überzeugung, dass sie da sind. Ja, also... Das ist bei mir ganz schlimm. Also bei mir ist so viel Kopfsache. Ich glaube, ich bin ja auch der... Wer prädestiniert für, äh... Für, ähm... Für Dingens. Wie heißen sie? Mir fällt der Begriff nicht ein. Traurig. Wenn man ein Medikament testet, dann gibt es Testpersonen, die das richtige Medikament bekommen und die anderen, die nur so eine Zuckerpille bekommen. Ein Placebo. Meine Güte. Ich sag, das ist... Das Alter. 25. So, jetzt sei was Schönes hier drin. Das wird mir den Tag versüßen. Und echt Silber machen. Immerhin haben wir jetzt mittlerweile auch schon in zwei Kisten ein blaues Item bekommen. Einmal den Bogen. Und zum anderen Mal diese Schuhe, die wir hier haben. Und ich glaube sogar schon mal ein anderes Mal auch. Das ist übrigens nicht der, den wir brauchen. Das ist ja wahrscheinlich doch hier. Oder dort. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Kampflord hält ganz schön viel aus. Oh, oh. Kann ich noch nicht wirken. Ja. Da ist der Kahn. Leider sieht man nicht, wie viel Leben er hat. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Er flüchtet. Als Kahn flüchten. Unfassbar. Feigling. Okay, jetzt habe ich dennoch... Ich hatte eigentlich vor, jetzt abzuhauen hier und mit dem Teleport loszulegen. Aber jetzt habe ich doch so viele Pfeile noch übrig, dass ich jetzt auch noch den letzte Quest hier machen kann. ähm, nämlich ähm, nämlich ähm, der Verderber. Nordöstlich von Desolays. Müsste es da nicht eigentlich nordöstlich in Desolays heißen und nicht von Desolays? Desolays ist ja keine Stadt oder ein Punkt, an dem ich mich orientieren kann. Desolays ist das ganze Gebiet. Und innerhalb von Desolays, in nordöstlicher Richtung, dort ist der Punkt, wo wir hin müssen. Und das wäre hier Sargeron. Wenn es nicht so ist, dann habe ich die Quest falsch verstanden. Aber da habe ich auch in Erinnerung, dass solche, ähm, wie heißen sie, Schattenpirscher, whatever. Satyr. Ja, dass solche Satyr dort sind. Wie viel ist eigentlich ein Echtsilber-Wachenwert? 89 Silber. Rollstoff 5 Silber. Schwerer Stein 10 Silber. Surprise, surprise. Ich habe natürlich doch vorhin erst gefüttert. Wieso ist es denn jetzt schon wieder unfreundlich? Viel Fraß. Hat er mich sowieso gefragt, wann wir dort questen? Also im Sargeron. Ah, da komme ich jetzt natürlich nicht wieder hin, ohne irgendwie mich hier durch das Gekrabbel zu fighten. Neun Minuten drin, wird nix mit, äh, mit Aktionshaus. Ich muss, äh, auf jeden Fall auch, ähm, heute wird schwer, eher morgen. Muss ich, äh, Retail auch wieder aufnehmen. Weil da kommt, äh, die, äh, meine letzte Folge, die ich aufgenommen habe, voraufgenommen, kommt heute, am, ähm, 11. Übrigens immer noch keine Ladung. Zu viel zu dem Update. Am 11.03.2020. Immer noch keine Ladung, obwohl ich mein Ergebnis am 28. bekommen habe. Ja, das Justizprüfungsministerium, das geht auch ein bisschen schief, glaube ich, du. Die wissen auch nicht genau, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Oh mein Gott. Bleibt mir jetzt bloß fern, ihr miesen Kicherjähner. Hier einmal durch. Im schlimmsten Fall pulle ich jetzt gleich beide. Im besten Fall keinen. So, und die droppen jetzt einfach, äh, das Ding, was ich brauche. Ein Skalp eines Satyrs. Von einem Schattenpirscher muss er stammen. Und ich glaube, die Schattenpirscher sind unsichtbar. Aber wenn ich... Wenn sie in der Nähe sind, dann werde ich sie sehen. Durch mein Unsichtbarkeitsaufspüren. Die Frage ist, wenn ich dann so einen Schattenpirscher finde, droppt er den, äh, Skalp zu 100% oder nicht? Er kommt hier nicht hoch. Ach, du dummes Viecher. Na, das sind so Bugs. Die brauchst du nicht. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch? Oh. Noch mehr als genug. Das lädt immer noch auf. Es ist schön, dass die Viecher nicht flüchten. Verräter, Spinn... Habe ich mir das gerade eingebildet? Oder dachte ich, ich hätte schwören können, dass ich da was gesehen habe? Was Unsichtbares. Das ist echt... Das ist echt doof mit dem Pad. Jetzt muss ich da echt hin. Um das Viech freizulassen. Inkredible. Ja, wo sind die Schattenpirscher? Kann ich noch nicht wirken. Da. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Ich hätte schwören können, dass die Viecher unsichtbar sind. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Jetzt wäre echt klasse, wenn das Viech direkt den Bark hätte. Jawohl. Sehr schön. Was gille ich denn jetzt? Fokus. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. War nicht das Gefühl, dass das Viech viel Fokus verbraucht. Das ist die ganze Zeit bei 100. Die wollte ich mir jetzt auf jeden Fall... Hier, guck mal, da sind ja Unsichtbare. Aber die Schurken sind die Unsichtbaren. Wir sind der Mondstein wert. Zehn Silber. So. In heimischen Gefäden. Verkaufen. Verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. 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 This, and this, and of course this. 100 Tränke sind leider nicht viel wert. So, jetzt möchte ich aber unbedingt, bevor ich mich jetzt hier auslobbe, den Mann. Ach, verdammte Munition kaufen. Aber wo gibt's die hier? Oh, Schülker, da kann ich abschließen. Das ist leider beides Crap. Händler 14, 18, 21. Man sieht sich. Ich brauche jemanden, der mir Pfeile verkauft. Gemischtwarenhändler, der verkauft Pfeile. Let's think. C. Schneidepfeil. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Habe ich genug? Ja. Jetzt würde ich gerne noch reparieren, weil ich ja einmal auch Wiederbelebungsnachwirkungen hatte und da meine Rüstung ein bisschen dezimiert wurde. Was sucht ihr denn? Nur nicht zu schrecklich. Nein, das ist nicht so, aber da kostet nicht das. Okay. Dann werde ich jetzt den Partner dieser Stabenden, aber im Gasthaus. Um genau zu sein, hier. Und wir hören uns dann, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Übermorgen müsste das der Fall sein. Und ja. Macht's gut bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.